Hey, hast du dich festgefahren bei der Suche nach einer Ausbildung? Aber es ist ein verdammt Gute, dann komm doch einfach zu uns. Ich bin sicher, für dich ist hier das Richtige dabei. Komm, wir sehen uns mal um. Was wir hier lernen, können wir sofort anwenden. Teamwork wird bei uns großgeschrieben. Und so können wir zusammen Probleme lösen. Teamwork wird bei uns großgeschrieben. So schnell geht das hier bei uns. Und willst du mehr sehen? Dann komm doch einfach zu meinem Praktikum vorbei. Oder bewirb dich jetzt für deine Ausbildung bei Egger.